Jo Leute, herzlich willkommen in der Aufnahme. Ich rödel jetzt hier ein wenig, wie das so ist. Man will das auf Facebook teilen und vielleicht noch ein bisschen WhatsApp. Und bevor das Gezocke gleich losgeht, muss ich gleich erstmal noch mein HiFi-Herz besänftigen. Ich habe da nämlich voll Bock auf so ein Lied. Ich hatte so richtig Bock draus. Share. Share it here, share it there. Sharing fair. Mhm. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Noch schaut keiner zu, aber das ist auch okay. Ah, seht ihr, ich hab den Chat noch vergessen, den muss ich auch noch einbauen. Das machen wir auch mal eben noch hier. Ähm, ja. Ach du Scheiße. Den muss ich ja hier auch erst rüberholen. Aber das geht schon. Das kriegen wir auch alles hin. Tipps. Fups. Wups. Gucken, ob das geht. Test. Test. Phomp. Äh, schön. Scheint ja zu laufen. Yes, sir. Geil. So, jetzt muss ich euch erstmal den Desktop-Sound klauen. Das funktioniert ja aber richtig top mit der niedrigen Latenz. Klein Lüsschen. Hey. Cool. Freu mich, dass du da bist. Genauso wie auch Sharkantor. Ich hab euch jetzt den Desktop-Audio-Sound erstmal genommen, weil ich hab keinen Bock auf Copyright. und bevor ich hier jetzt loslege. I need music. I need a very special one. Come on. Sharkantor weiß schon, was ich meine. Wir hatten nämlich erst noch Serious Sam gezockt und dann hat er mir noch bei Need for Speed zugeschaut. Geil, das läuft ja echt gut hier. Ich mag YouTube. Ich brauche Baker Man is baking bread. Ja, man. Korrekt. Geil, man. Geil, man. The bacon man is baking bread. Ja, genau. So kann man doch auch mal lustig und streamen beginnen, oder? Dennis kackt einfach mal ab auf Musik. Musik Hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm hm. Hm hm. The night train is coming. Alles, was nicht angebunden ist, Kleinlischen, im Übrigen. Schönen Power. Könnt ihr vielleicht mithören. Durchs Mikro. Knieku. Hmm, ist kommen. Hmm, hmmm, 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 hmmm. Hmm, hmmm, hmmm, hmmm. Da geht mir das Hi-Fi-Herz auf. Jetzt geht es gleich los mein guter. Zwiebeln. Esel. Okay. Achso, deswegen musste ich es so weit aufreißen. Ich habe Fuba leise gestellt. Naja, wie auch immer, wir switchen mal in Doom, während ich gleich den letzten Happen nehme. Fips Fups. Doom. Hm. Ah, und ich muss euch den Sound noch wieder geben. So. Haha. So, die nochmal können wir eh nicht gebrauchen. Stream Test CQB. Okay. Ja, was denn? Hm. Dö, 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 dö. Hm. Da kam ja gleich noch ein Arschweil. Oh, oh. Dö, 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 dö. Oh, gleich geht es los, ja. Okay. Okay. Jungs. Jetzt ist es aber hier. Jetzt geht ja gleich Stücke los hier. Bratz. Bratz. Gödep. Na, klasse. Boden. Boah. Mach dich weg. Ja, ist mal schön aufgeräumt hier. Kann man ja mal speichern. Dann hat er hoffentlich demnächst den richtigen, wenn ich auf Save gehe, ne? Ja. Sehr schön. Quick Save gibt es ja, glaube ich, hier nicht, ne? Boah. So, jetzt wird es lecker hier. Da ist er nämlich. Brrrr. Boah, noch mehr von denen auch noch. Brrrr. So, wie kriege ich jetzt den Arschweil am besten? Mal. Oh, shit, ey. Oh, shit, ey. Nein! Doch nicht so! Oh! Oder doch. Weg ist weg. Ha. Aber keine Rotsgun mehr. Das ist immer ärgerlich. Ach, du Scheiße. Hier ist wieder was los, ey. Nee, BFG will ich hier nicht nehmen. Ja, mal ein paar Rockets raushauen hier. Matsch. Urgh. Urgh. So. Und denn machen wir, glaube ich, so weiter. Urgh. Färbung? Bei mir eigentlich nicht, Nadine. Herzlich willkommen auf meinem Stream. Jetzt haben sie mich aber gekriegt, ja. Boah, wie viel denn noch von euch hier? Wern mal. Das ist mein Bildschirm. Geht mir von der Bildfläche. Haben doch hier keine Imp-Party oder was? So. Ich bin wieder total Noob-mäßig, kenne die Map nicht. Nicht richtig, nicht wirklich. Wir schauen einfach mal, was sich hier abräumen lässt. Ach, nö. Tomatensalat. Ich steh nicht so auf Salat. Super Talent. Wer guckt denn Fernsehen? Also bitte. Und dann noch so eine Dieter Bohlen-Geschichte. Naja, wenn es Spaß macht. Na gut. Hier konnte man irgendwas bestimmt. Na, ich seh da was. Vegasphere. Okay. Cool. Können wir bestimmt gebrauchen. Okay, das war's hier hinten schon, offenbar. Tja, ich weiß nicht. Mag ich da zuerst oder mag ich da zuerst? Ich glaub, ich guck erst mal hier. Gestellte, gestricktete Serien. Da stehen die Leute drauf. Können echt sein, ne? Ja, wenn du schon Demon erwähnst, ne? Hier, ich mach mal Sniper-Sniper-Chain-Gun, ne? Oder wie sagt der? Oh! Was zur Hölle? Scheiße. Jetzt hat er mich schön abgelenkt mit sowas. Dieben-TV. Oh, hier lag überall Health rum. Ist nicht so problematisch, ne? Da muss ich nicht laden. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Medusphere... Yo. Nee, hier wollte ich noch nicht hin. Ich wollte da weitermachen. da ist auch noch health da auch noch dann sind wir schon wieder ganz gut zu beschaffen hier speichert das so ne ist gut ja jedem das sei ne nadine ne rausgehen ist out oder aber schnell hin hier so habe ich keinen entscheidenden mehr auf einmal was da los interessant die echt verblasen grau ne hier gibt es so rots gun muni das ist auch immer nett erstmal schön aufgeräumt da wofür ist da der anzug gibt es hier ein secret oder sowas ich weiß nicht sollte ich mir den aufheben ach du scheiße ich liebe diese shotgun was hier los ist ne alter schwede verreckt was lädt er hier an der stelle natürlich ne war ja klar ok holen wir uns hier erstmal die muni lasse ich das da mit dem anzug erstmal sein gucken was hier noch und nicht schon wieder ein archweil oh nein ja schöne scheiße der macht mir natürlich fertig wie kriege ich denn den am besten das kann ich gerade schon mit der knicken eigentlich hier ne ja komm lade mal hier so am besten raketen denk ich was waren die denn auf sieben vermutlich ne oder acht fünf fünf ne oioioioi nun komm dich mach doch mit der säge ja das kann man so stehen lassen Tomatensalat geht eigentlich auch mit der Säge, ne? Muss nur runterkommen. Hehehe. Ähm, Unverwundbarkeit. Sollte ich mir die aufheben oder sollte ich die nutzen? Ich heb sie mir mal auf. Da gibt es noch einen roten Schlüssel. Okay. So, schön aufgeräumt hier. Ich glaube, das war schon Munitionsverschwendung gerade, ne? Aber na gut. Ich lasse das einfach mal so stehen. Speichern wir das. Tja, was gibt es denn hier so feines Pinkies zum Sägen? Erschreckt und erstmal schön Schrot verbraucht. Da ging gerade eine Tür, habe ich das richtig gehört? Da, ja. Na, ich den erwische hier. Ah, shit. Ich spiele wie der letzte Noob, ey. Haha. Was ist denn da los heute? Ich spiele mir wieder eine Scheiße zusammen. Haha. Wie der Doomguy eben unten. Ah. In der Hood. In der Hood. So, eigentlich wollte ich mal in Ruhe den da unten versuchen, mit einer Rakete zu treffen. Wie der Health verschwendet, ne? Ich glaube, das ist Munitionsverschwendung. Aber ich belasse es dabei und speichere das so. So, einen wunderschönen guten Tag. Irgendwie ist hier keiner. Das ist ungewöhnlich. Doom mäßig. Okay, hier geht es erstmal nicht weiter ohne blauen Schlüssel. Da muss ich wohl doch da woanders weiter langlaufen. Offenbar. So, das ist alles hier so außenrum. Egal, wo man da rausläuft. Na gut, da geht eine Tür rein. Hier auch. Na, wir gucken mal. Teleportiert sich was? Okay. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du. Genau. Ha. Kaputt. Ja gut, hier war ja eigentlich nix, ne? Außer ein bisschen Schrotmonie. Da kam ich ja nicht weiter. Dann laufe ich doch da. Ach so, ich kann auch hier raus. Raketen. Glaub ich, ganz gut hier. Da geht es nicht rüber. Wie, jetzt komme ich ja nicht mehr raus, oder? Ach so, doch. Okay. Wollte schon sagen, hier. Mach mir keine Schande. Ja, ich habe Gantor lacht. Dieser Noob. Dieser verdammte Noob, ne? Ach, du Scheiße. Sniper-Cheing-Gun. Booyk! Bratz, klick, klack! Aber da ist noch... Da war doch noch einer, ich habe ihn noch gehört. So, bisschen Muni zurück. So, wo sind jetzt die Tomatensalate hier? Die Türen habe ich, glaube ich, noch gar nicht aufgemacht hier, ne? Die kommen jetzt erst, oder? Teleportiert sich irgendwo hin? Irgendwas? Irgendwer? Hallo! Wollen sie nicht? Tja dann. Ich komme hier gar nicht rein. Okay. Die können nur rauskommen, oder wie? Das ist jetzt ein Secret Truck. Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Junge, 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 Junge! Da ist ein Knopf hier. Okay. Ich speichere mal hier so eine Runde. Noch ein Secret. Hier die Menge Hells und Big Fucking Gun. Okay. Cool. So, dann hätte ich die Hütte quasi auch abgeschlossen, oder? Möchte ich meinen. Und was ist hier? Kann man gut klatschen mit der Faust. Diese Raketenwerfertypen meinst du? Weiß ich nicht, mit Berserker vielleicht, wa? Irgendwo? Ich höre doch noch mehr davon. Revenant da. Ja, wie lange soll ich denn da den hier machen? Und dann vielleicht nur zur Seite und so. Killen mich doch. Ich bin einfach viel zu Noob. Ich brauche schon wieder Health, weil ich schon wieder irgendwie ziemlich am Ende war, ja? Acht Schläge. Ja, das ist leider Ultra-Violenz. Aber das heißt leider, bisher geht's ja eigentlich noch. Ich kack zwar mal zwischendurch ab und muss mal ein bisschen speichern und mal laden, aber... So, ich habe immer noch keinen Schlüssel, ne? Irgendwie. Also doch hier hinten, wo die Imps waren. Irgendwas scheint hier da zu sein, Secret-mäßig, weil da unten ist irgendwie was. Und den Anzug gibt's ja bestimmt auch nicht umsonst. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich da irgendwo hinkommen kann, könnte. Hm. Das sieht mir fast nach einer Tür aus. Hm. Wegen der anderen Textur. High-Quality. Da drüben ist ein Schlüssel, ne? Da oben. Da komme ich, glaube ich, noch nicht so hin so, ne? Mhm. 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 Ja, man hört, da wäre was, aber ich komme da noch nicht hin, weil ich keine Schlüssellage habe hier. Ja gut. Oh, Orientierung hier wieder. Gleich Zero. So, bleibt mir erst mal nur das hier. Dicker Yoshi, herzlich willkommen. Ja, wir spielen Doom, ne? Es ist immer alles klar wie Kloßbrühe, oder? Wow, erstmal hier rüber. Blauer Schlüssel. Doom-typisch geht jetzt hier die Post ab. Boom. Jetzt klack. Boah, die kommen einfach aus dem Nix da, wa? Oh, Mann. Boah, da kommt immer mehr hier. Ah. Denn es läuft. Denn es läuft um sein Leben. Oh, Mann. Oh, Mann. Bratz. Ja, ich habe es fast geahnt. Da kommt gleich was von hinten. Jetzt bin ich aber richtig gelackmeiert. Hier. Rein hier, rein hier, rein hier. Oh, shit. Jetzt wird es aber eng hier. Oh, scheiße. Da geht die Tür. Oh, oh. Oh, scheiße. Hilfe, Hilfe. Oh, damn. Teleportiert sich einfach weg. Okay. Erwischt. Oh. Jetzt wird es aber richtig lecker hier. Einfach... Oh. Shit. Verkackt natürlich, ne? Ganz klar. muss man das ein bisschen aggressiver machen mit rocker c habe ich aber auch nicht mehr so viel von oh holy moly Ja, gleich sind sie alle weg. Dann hat sich das ausraketet hier. Oh, bisschen Plasma, die ist ja auch voll, ne? Gleich nicht mehr. Könnte aber eigentlich auch mal BFG einsetzen, ne? War bestimmt totale Verschwendung, aber der Noob, der noobt sich das schon. Ja gut, jetzt haben wir einen blauen Schlüssel, ne? Und hier aufgeräumt, auf ziemlich verquerer Art und Weise. Die Unverwundbarkeit wäre vielleicht auch nicht so verkehrt gewesen gerade, ne? Aber gut. Schauen wir mal, was die blaue Tür uns zu bieten hat. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Shut your mouth, Revenant! Hier gibt's Health, das brauch ich sogar. Ah! So! Berserker und so. Ja dann. Oh ja, blauer. Ne, roter Schlüssel. Was war das? Muss man schnell genug sein für. Ah, hier gibt's meine Plasma zurück, die ich so schön verschwendet hatte gerade. Oder? Ist auch nett. Kann man ja mal machen. Jo. So, so, so. Jetzt haben wir einen roten Schlüssel, ne? Und was macht einmal mit. Ein bisschen Shotgun Muni… Pirotz Gun… Ah, ich... Glaube ich hab da noch was? Ne, die sind ja auch schon alle hin. Tja, jetzt weiß er wieder nicht weiter. Zwei Archweil gekillt. Öffnen tut sich hier jetzt so auch nix, ne? Blau, rot. Blau war ja offensichtlich die Türe hier oben in der Hütte hier. Aber rot jetzt hier? Hm. Oder ich bin blind. Das weiß ich nicht. Hm, 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 hm. Hier irgendwo irgendwas. Die Megasphäre hebe ich mir besser mal auf. Hm, 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 hm. Ich bin entweder echt blind oder was ist wieder hier so... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Tja, gut. Oder auch nicht gut. Weil ich weiß einfach nicht weiter. Wir müssen diese Soulsphäre hier einfach mal mit. Einfach mal was können, weil wir hier ne Megasphäre nachher haben. Hm. Hm. Ich hab keine Idee wie es weiter geht. Ist immer doof. War hier irgendwie ne Tür? Glaube nicht, ne? Nicht so wirklich. Da war nur das Secret, was ich zufälligerweise entdeckt habe. Kettensägen-Bug. Der nur dann den langen Sound spielt, wenn man von Kettensäge auf Pistole wechselt, bevor die Kettensäge ganz da ist. Ja, das macht er auch auf die Faust, wenn ich hier mit nem Scrollrad mache. Oder auf die Shotgun. Ich find's eigentlich ganz cooles Gimmick, weil... Ich mein gut, mit der Realität vergleichen ist natürlich eh so ne Sache, aber... Das ist ja so, als wenn der die Kettensäge auspackt und startet, einmal schön MSo awaits dann gleich wieder einpackt, oder? Naja, ist halt Doom. Ich find's cool, so wie es ist. Ist schon okay. Ich würd's jetzt nicht als Bug bezeichnen. Da gibt's doch ganz andere Sachen so. Die sind wirklich nervig. Aber eher bei anderen Spielen sogar, anstatt dem hier. Was ist denn jetzt los hier? Wo ist denn jetzt die verdammte Tür mit dem roten Schlüssel? Ich laufe ja wie ein Depp durch die Gegend und weiß nicht weiter. Was habe ich denn übersehen? Das ist schräg. Ich meine, es ist dumm, es ist sowieso schräg, aber... Was sollen wir mit dem roten Schlüssel, wenn es keine Tür gibt, wo man den roten Schlüssel braucht? Wieso? Blind? Hier ist doch nichts. Absolut niggas. What's the hell? Das soll das da? Muss ich das verstehen? Warum zum Geier? Äh... Ja... Oh... Oh... Hab ich... Hab ich... Mal eben ein Secret gefunden. Ist auch nett. Aber eigentlich suche ich nach der Tür für den roten Schlüssel, ne? Hm. Ist da auch nichts, wo wir gestartet sind. Das soll ich dir. Hm. Tja. Ich hab echt keine Idee hier. Komm, Shakanta, du kennst das Spiel. Du weißt, was los ist. Ich bin getrappt, gerollt, keine Ahnung. Ich find den Weg nicht. Muss ich denn vielleicht was triggern, indem ich hier was einsammle? Nö. Nö, das ist Verschwendung. Das sieht fast so aus. Es könnte da was sein, aber... Kann. Muss nicht. Und da ist irgendwie was hinter hier. Aber wie soll man da beikommen? Ich setze die Map endlich mal ein. Ja, und denn? Ich seh nix. Da ist blau. Ja, das... Da wäre... Ja, da war ich schon. Ja, da war ich schon. Ach so, so zeigt er mir die Secrets an, ja. Okay. Tja. Da oben rechts, eventuell, ja. Verkehrte Taste. Äh... Dann wäre demnach hier hinter etwas, aber... Äh... Jetzt bin ich noch mehr getrappt. Jetzt habe ich noch weniger Plan als vorher. Und da ist ein Buben. Ja, das ist schon mal getrappend. Jetzt bin ich noch mal getrappend. Ach, das ist schon mal getrappend. Ach, das ist schon mal getrappend. Da ist schon mal getrappend. das muss hier irgendwie in der ecke weitergehen aber da ist kein schalter oder so natürlich doch blind gibt es jedoch ein schalter dahinter wäre was rotes in der ecke aber wie soll man da hinkommen da wurde ich komme ich auch gar nicht schnell genug hin dass das ist schon das exit ja das ist ja auch nett ich da hinkommen würde das vorhin getriggert eigentlich es geht zu das gibt wann genau geht das da oben auf das hier drücken junge junge muss also nur gucken dass ich dahinter komme ich komme ja gar nicht schnell genug rüber das hoch geht dann ist das da wieder zu so geht es denn für sich fehlt mir war noch ein secret noch aber drauf gefissen würde ich sagen ab dafür super das habe ich dann jetzt also gefinisht ok ich würde sagen ich mache mal ein kleines bräußchen das ist man gebracht und ja sag mal bis gleich das ist ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Scheint ja zu gay, ne? Test, test. Upp. Ah, gut. Was willst du machen, wenn du sonst Nachlade-Dings-Stock-Probleme ist, ist halt scheiße, ne? Das ist so. Da hätte ich dann auch keinen Bock drauf. Hier geht die Post ab. Mann, Mann, Mann. Really? Muss mehr Chaingun verwenden mittlerweile wieder. Ja, Shotgun mitnehmen passt ganz gut. Neuer Stream, neues Glück. Ich habe keine Lust da unten zu verrecken in so einer Ecke. Da liegt eine BFG dran. Cool. Wir gucken hier immer erst mal. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Schalter erst mal. Und bestimmt auch gleich eine ganze Latte an Monstern. Dump the Axt. Dump the Axt. Verstehe. Die machen das schon. Hat sich hier wahrscheinlich was getan, ne? Oh, ich seh ihn doch da schon. Eieieieiei. Ach, das ist ja schön, dass du da jetzt auch noch ankommst. Jetzt hier wäre er irgendwie oder? Aha. Ja gut. Denn... FFN, ne? Ja und jetzt hier. Ja wie, Exit. Das war's schon wieder. Eigentlich noch ein Monster irgendwo und Secret mäßig habe ich da auch noch längst nicht alles. Da geht eigentlich noch was, ne? Ja, man hört es. Äh. Junk da rein. Hier unten ist jedenfalls nichts mehr. Komme ich da rein? Ich probiere hier einfach mal was. Ein Verrecke vergeblich. Da habe ich irgendwas geöffnet. Oh nein! So eine Kacke. Ja, klasse. Ja, super. Jo, das ist ja schön. Da haben wir noch was gefunden. Ich bin aber total voll an BFG offenbar. Äh, ja. Mit Sicherheit, diese Souls-Fair ist jetzt noch ein Secret noch. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie ich da rankommen soll. Die Monster sind jetzt jedenfalls alle hin. Insofern, äh, sage ich mal Tschüss und Exit. Man muss das auch nicht übertreiben mit dem ganzen Dilemma hier. Ich bin sicher weißer Geier was alles ausfummeln. Ab geht's. So, schön speichern. So. Der blaue Schlüssel, den kriegen wir anscheinend ganz zuletzt. Okay. What? Der muss sich aufschießen. Oh, okay. Jo. Einiges los hier. Ach wie, eine Schottie reicht ja nicht. Oh shit. Das war ein Fehler. Ach, da kann man nur verrecken, ja. Auch gut. Jetzt reicht ihm aber eine Schottie. Hehe. Okay. Ja, gut. Oder auch nicht gut. So, von da kam ich auch gar nicht, ne. So. Nämlich. So. Nämlich. So. 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 Was soll das denn geben hier? Ach du Scheiße. Ja super. Hier geht der Knopf der Dinger. Okay. Ja! D-, 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 ding. Ja. 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 So, haben wir das auch weg? Läuft denn der neue Stream eigentlich? Eigentlich sollte er das, ne? Tess, Tess? Ja, auch mit Chat, also alles cool. Hm. Ja, das kann ja hier alles noch was geben. Oh, nicht noch mehr von denen jetzt auch noch. Jetzt rufe ich aber alles mögliche her hier, wa? Ach du Scheiße. Jetzt wird das aber unlecker hier. Kann hier stehen ohne zu sterben, ne? Das ist nett. Da kann man was mit anfangen. Ähm. Ja, ich komm hier nicht weiter. Ah, okay. Hm. Also muss ich mich teleportieren und schauen, ja? Nein. horror. DAS 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 war's für heute. war der auch noch die tele folgen kann ich jetzt nicht mehr aber jetzt hätte ich eine fast tele fragen können naja ich bin ziemlich hinüber ja gut mit dem beserker packt dann nicht wieder ja wie was hier wieder los ist ist ein durcheinander ja 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 tja wo lang erstmal hier aber erstmal gucken auf keiner guckt da teleportiert sich schon wieder was ja 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 man schalter ok etwas was ich mir dann gleich noch angucken gerne weil auch noch ein schalter für was jetzt wieder mehr shotgun einsetzen ne das ausgedacht schlimmes labyrinth hier gut toll was aber hier wieder ok das fährt die geschichte wieder runter ja ist doch hier bestimmt theater wieder ne ne nicht mehr du scheiße das aber gar nicht nett hier ja ja genau ich bin auf der schönen rein wo ich stecken bleibe und komme jetzt hier nicht mehr weg na klasse dfg das ist meine dfg dfg anders geht's nicht dfg 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 Prozent 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 Nähe dafür jetzt erst mal auf was gut freunde oder besser